10 cm und bringen damit ein Gewicht von ca. 990 Gramm auf die Waage. Der Little America hat ein großes Hauptfach und ein kleines Vorderfach. In dem Hauptfach kann ein Laptop bis zu einer Größe von 15 Zoll locker verstaut werden. Dieses Extrafach ist mit einem weichen Vlies überzogen und schützt dabei dein Laptop vor Katzern. Wie du siehst, passen neben einem Laptop auch ein A4-Ringbuchordner, weitere Ordner und Bücher problemlos hinein. Im Vorderfach, was zudem über einen Reißverschluss verfügt, findest du einen Karabiner zur Befestigung deiner Schlüssel. Die Umschlagklappen werden mit Hilfe von starken Magnetdruckknöpfen verschlossen. Die ziemlich breiten Schultergurte des Little Americas sind wie das Rückenteil gepolstert. In Kombination mit der Aussparung am Rückenteil wird die Last des Rucksackes gleichmäßig auf Rücken und Schultern verteilt und sorgen somit für einen hohen Tragekomfort. Insgesamt hat uns der Rucksack überzeugt durch die Retro-Luft mit den Kunstlederriemen, die sehr gute Bearbeitung, das große Hauptfach mit dem Laptopfach und dem hohen Tragekomfort schneidet der Herrscher Rucksack Middle America sehr gut ab. Für weitere Informationen Ja. Bis zum nächsten Mal.